Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das ist es wert, anzunehmen bei Klara. Wert in Drustrar. An dieser Position ist die Folgequest von ihre Hundtage sind vorbei. Nehmen die Quest an. Nun darf man hier gleich daneben die Kiste benutzen und da kann man auch schon die Quest abgeben. Bei Vorwärtsruhe, gleich neben der Klara Wert. Ich zeige denen auch noch mal die Map. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao.